Meine Schildenergie abziehen. F9, denn hier hinter weiß ich, hier hinter muss irgendwo eine Mine sein. Oh nein, hier geht's tief runter und das will ich ja nicht. Geschafft. Das wäre auch geschafft. Springen wir mal hier doch tief runter. Machen wir. Jo. So, wo geht's denn da lang? Wo geht's da lang? Da geht's ne Treppe hoch. Das habe ich auch schon bemerkt. Wollen wir mal ein bisschen licht. Oh, Dead... Ja, Deadpacks hätte ich jetzt gesagt, aber nein, das sind ja Minen. Deadpacks gibt's hier glaube ich noch nicht oder ich habe auch noch keins gefunden. Kann das denn doch sein, dass ich hier das Gewehr erst gefunden habe? Ich sehe nichts. Ich tauche nochmal ganz schnell wieder auf. Pssst. Oh ja. Komm einmal auf, Teufel. Ach. Und Untertauchen. Das führt mir nicht zwar ein paar Lebenspunkte... Äh? Wo ist es? Da ist sie. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Oh ja. Pssst. Boah, jetzt beehele dich bloß. Ich muss da auftauchen. Fünfzig. Puh. Das war knapp. Aber jetzt haben wir ein imperiales Schnellfeuergewehr. Öh, das sagt und gar nicht. Aber hoffentlich begriff Schnellfeuergewehr. Hm. Oh, da geht's noch weiter. Jetzt muss ich aber vorher wieder auftauchen. So. Und dann gehen wir hier nochmal unten. Ich kenne das nämlich auch selbst nicht. Ich habe einfach nur das Schnellfeuergewehr... Ach, hey. Rail-Raketenwerfer? Ich bin ja begeistert. Imperial-Schnellfeuergewehr. Rail-Raketenwerfer. Wie viel Schuss habe ich davon? Sechs. Ich weiß gar nicht, ob man kann... Ich weiß nicht, ob das bei denen war oder bei denen. Dann kann man bis zu 500 Schuss haben. Ich mache jetzt übrigens einfach mal die Lampe hier an. Hier ist es der richtige... Nein, es ist der falsche Weg. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. Warte oben. Hm, hm, hm. Hat noch jemand was für mich? Toll, hier wäre auch eins. Pfff. Penner. Was soll das denn? Ich will da unten runter. Hier, ich will hier so in die Seiten... Nische rein. Na super. Wozu habe ich mir jetzt den Arsch aufgerissen und 40 Lebenspunkte abgezogen bekommen? Weil ich das Ding da eh gleich wieder finde. Ich möchte einmal wissen, wo es hier lang geht. Aber nein, das haben sie leider gesperrt. Hier haben sie auch alles gesperrt. Und hier bin ich irgendwo. Au. Nun, das war mal so die Sprengkraft einer Mine. Wollte ich natürlich nur demonstrieren. Ich halte das Ding wieder aus. Sonst ist die Batterie gleich leer. Ich muss jetzt... Wir müssen eigentlich besser gesagt da oben rein. Heißt, wir gehen hier die Treppe hoch und sagen Hallöchen. Wir sind da. Jaha. Ich muss hier immer anständig begrüßen. Ist doch klar. Oh ja, es geht nach oben. Wieso muss das immer zu allen Seiten denn aufnommen sein? Ich werde euch mal das Schnellfallgewehr dem 1 sehen. So. Jetzt wisst ihr auch warum das ganze Schnellfeuergewehr heißt. Die Munition ist schnell alle. Aber der Gegner auch. Das imperiale Schnellfeuergewehr. So. F9. Speicher. Ich habe keine Ahnung. Kann jemand dir das erzählen? Nein. Wir können das Land-1-Brille und ein Wildstormtroopers haben. Komm. Geh. Ach. Da geht's auf. Das war der Rail-Raketenwerfer. Zu empfehlen bei vielen Gegner und Truppen, die euch einfach nur ankotzen. Sie werden das Fliegen lernen. Ob lebend oder nicht, das wisst ihr leider nicht. Puh. Das wäre geschafft. Jetzt sind wir... Ach. Guckt euch den da mal an. Ein AT-ST. All-Terrain-Scout-Troop heißt das. Ähm. Ja. Hier können wir natürlich auch einfach so rumlaufen. Nichts besonderes, außer dass die AT-ST uns den Arsch aufreißen. Und nicht, dass ich ganz schnell weiter will. Aber hier finden wir nicht. Man findet hier wirklich extrem viel. Diese Gesundheitswiederbelebung spare ich mir noch auf. Oh ja. Ha 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 ha. Idiotie. Hoffnung und Metropie. Damit haben wir hier auch kalt gemacht. Das ist zwar alles Unsinnige für Elefants, aber je mehr Gegner weg sind, desto weniger können von hinten stürmen. Äh, da hat irgendwas gerade geschossen. Oh ja. Die da oben sind mir erstmal egal. Ich muss jetzt ein bisschen weiter rumlaufen. Ein bisschen schneller hier. Ta 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 ta. Ausgewichen. Ausgewichen. Ihr habt doch keine Chance. So, ich glaub ich sollte jetzt mal schnell Feuer gewähren. Hey. Zack. Ähm, ich muss jetzt hier irgendwie hochkommen. Wir haben uns eine meiner Lieblingswaffen. Nur mit ein bisschen wenig Schuss, muss ich sagen. Hydroide. Ja. Da stecken wir uns. Ich hab ein Nachtsichtgerät gefunden. Batterie fürs Nachtsichtgerät. So, hier können wir natürlich jetzt erstmal einen ganzen Klumpatsch einsammeln. Und ein Kaplock. Nur ihr seht, hier ist so ein Superschild. Hey, damit kriegen wir keinen Schaden mehr. Ja. Die Stromzelle kann man natürlich immer gut gebrauchen. Ihr hört ja auch über uns eine AT-ST. Ähm. Ja, hier sind wir ein Stockwerk höher. Und ich bin immer noch am Suchen. Oh. Von da oben schießt was Großes auch nicht. Oh. Ich hab ne Idee. Wow. Ich wollte nur mal so... Wow. Die machen nämlich extrem viel kaputt. So, das kostet uns mit dem bisschen Schild. Aber das ist natürlich zu verkraften. Zu verneinkraften. Autsch. Ich suche eigentlich jetzt den besonderen Eingang. Genau den hier. hammer- Wohaha. Alter hat der – w, dass der wusste, dass ich da war! Haha. Ich hab mich sowas von verjagt! Und dass der weiß, dass ich komme, ist ja klar. Aber dass der das weiß, das hätte ich nicht erwartet. Ja, ja. Oh, da schießt gleich hinten. Was auf mich? Zielen, zielen, zielen. Zielen, zielen. Schießen. Ich bin hier draußen. Jetzt müssen wir uns nicht mal beeilen. Wir wollen da ja auch hoch. Ihr seht, die beiden Brücken gehen aufeinander zu. Oh, verdammt. Ich war ja hier noch gar nicht. Oh, jetzt wird das extrem geil. Ah, Johnny! Noch irgendwelche Fragen? Und noch einmal kurz? Das ist doch mal Schnellfeuer. Ja, das heißt leider, dass es vorbei ist. Nur hier kann ich das Ding auch ausfahren. Was ist das andere Ding? Oha! Die mache ich jetzt mal später kaputt. Ich bin schneller als hier alle. Ich bin Flash! Gehen wir das Ganze mal wieder ein wenig schneller an. Und verjagen uns nicht. Ich rechne normalerweise bei Jedi Knight ja mit allem. Also mit diesem einen habe ich nicht gerechnet. Hm, vielleicht soll ich nochmal ganz kalt machen. Da ist der erste AT-ST. Ähm, ja, du bist kaputt. So, offiziell terminiert. Schnell speichern, weil wir hier nicht mal oben sind. Die Null drücken. Und ganz schnell uns dem AT-ST zu näher. So, dann zu sagen, haha, von hier kannst du dich nicht treffen, wenn wir an deinen Beinen hängen. So, damit hätten wir den erwischt. Dann rennen wir natürlich ganz flugs davon und zielen und treffen. Und zielen und treffen. Und zielen und treffen. Hä? So, mal. Ah, jetzt er ist er. Toll. Die Entfernung haue ich dir nur noch daneben.